ja herren kommen mein name ist an die röder begrüße euch zurück zu let's play fallout 4 also geht mir falls falle willst mich haben sich jetzt ja jetzt folge haben wir diesen elektro bastarde ort hier erkundet wo voll viel fallen und aggressiv tons und so waren irgendein typ der sich unten verschanzt hat weil keine ahnung ja 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 wir müssen auch hier das geschoss erkunden und ich bin immer noch voller red x also strahlung ich brauche x und ja man schon jetzt erkundet du solltigen immer ich in den pümpel mit da ist ja eine falle ja da müssen wir ja noch wenn ich jetzt ein level ab irgendwo bekommen mit robot da kann ich mal sagen wir ausgehen jetzt immer noch irgendwas habe ich so gefühl also das ist nicht abgeschlossen die strahlung ist furchtbar und ist nichts mehr glaube ich ja hier vielleicht noch wird man auch da reinkommen können genau da kann man hier noch ist also jetzt mal zu den anderen verstrahlten orten sind dass der baum ja da wird noch immer zu einem ich glaube ich bin viel zu laut jetzt aber ja ich habe das mikrofon voll aufgedreht und spiel müssen wir aber ich bin irgendwie ich bin voll leise ich bin jetzt nicht zu laut mass fusion entlagerstätte also mutanten das böse oder ja klar und ich bin hier voll im anfängergebiet für irgendwie sind die gegnerin das ist halt voll schwach das ist ein vollstrecker der nichts aushält so schauen wir zwar ja ich glaube ich bin voll im anfängergebiet wieder mit mir oder ich meine bestimmt noch nicht bist du da oben hier vom baum ausgebaut nur falls jetzt welchen es geht nicht mehr ich habe keine ahnung ich wollte glaube ich hier einen meiner steps hier aufbauen wahrnehmung oder so wegen 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 den oder den hier und ich mal waren im hochbauen da gibt es denn noch mal alles setzt hier so auf nicht so ganz langsam hoch ballern ich kann auch ausdauer nehmen eigentlich da kriege ich mir ab das ist mehr den zieler ort ist sie ich werde wahrscheinlich sowieso auf screen ihr leveln also nehme ich erstmal ausdauer ich hatte irgendwie 450 hp oder so 515 599 aber kriegt extrem viel hp stellen ausdauer einmal gucken ich möchte alle dinge haben mindestens 8 bringen weil dann bei sich ungefähr so wenn sie mich welche wackelpuppen ich habe und so bringt alles erst mal auf 8 oder so das heißt ich muss 1 2 3 ja genau so viele der werps nehme ich nehme ich mir vor oder was ausdauer kann ich mehr aushalten ich glaube ich bin viel zu laut da sind viel zu laut der pegel schlägt voll wie blöd aus handgelenk kaffee hier oben ist nix ich könnte auch einen wert auf 10 bringen und dann die wackelpuppe einsamen habe ich ein wert auf 11 aber ich habe jetzt sowieso schon einige sachen ja einige wackelpuppen schon eingesammelt und kann jetzt nicht mehr 11 bekommen also so egal okay er soll da kann 100 prozent wollen werden oder so ich tue ich tue viel zu sehr ausschlagen ich entschuldige mich da ist da irgendwas da ist dann bestimmt noch drauf also kommt schon oder strahlung statt hier bekomme ich hier weniger strahlungen diesen ein gebiet den letzten gebieten hier wo ich mal war irgendwo hier war noch mal zum fluss oder so da er ist noch ausgegraut das war eingehen hallo meilock schluss meilock schön wenn man 2000 schuss hat weil ich habe auch nicht gewusst hat irgendwie da man überall über zehn punkte haben kann in einem wert ich dachte ja max 10 hat man haben kann deswegen habe ich die wackelpuppe eingesammelt weil man konnte ja schon so level ich hätte erst irgendwie ein wert auf zehn bringen sollen dann die wackelpuppen einsammeln sollen erst stärker auf zehn bringen sollen dann die wackelpuppe einsammeln hätte ich dann hätte ich elf am ende gehabt wenn man so nachdenken wie schwer die kämpfe letztens waren super das jetzt 184 279 und so der ganzen kriegsherrn super mutanten das war ja ich bin auch jemand der tut die schlösser im aufbrechen weiß nicht kann die aufzuschließen naja mit dem lake also der jetzt sagt ja was ist das war jetzt wenn ich glaube ich stärker nein das ist ein geckling leser ersatz nicht mehr so viel munition damit ich habe mich als noch irgendein ort war so viele leute ich habe mich als ich nichts wie kann man denn den teig abschließenden hat also random war abgeschossen so bestimmt immer drin im fluss da ist doch ein flasen gewesen dieses hohen läuft einfach hier wörtliche erfahrungspunkte vielleicht will ich ja noch lässt ja ich bin ich an messi weiter schon leugen was in der gegend da schon wieder los blasen ich guckte echt so ein lochnest monster hat mir den kompletten voll furchteinflößend wir sollen noch mal hin weil ich ihre schuld auf einem gesicht so dass mich essen will die schlimmsten aufspiel sind die von denen man es nicht erwartet mal loka magica dekonstruktion heißt auch glaube ich nehmt ein genre und macht aus weil ich sind klischee sachen wird vollkommen anderes lös ist ja 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 okay irgendwas wir haben auch 17 min und noch genug Zeit da sind wir jetzt mit atomkatz werkstatt ja mal da mal zu irgendein ort den ich noch nicht erkundet habe ich möchte jetzt nicht sonst mit rumlaufen nix finden da geht die person ortig und ab dem ich schon gefunden ab und nicht erkundet habe aber es ist etwas erreicht ich will die paar so wenn das irgendwie jederzeit ausgehen kann der letzte sein zu viel aufgenommen ich habe mich viel auf normal zu spät aufgenommen ich weiß ich nicht mein pc update muss und deswegen klappt er wahrscheinlich am mikrofon am anfang nicht irgendwie vor das war alles geändert aber meine ps4 die musste auch ein update machen gott was weil du hast du ja jetzt bewegen wir haben wir haben wir haben wir von war ich habe jetzt das wäre immer noch nicht besser auf vts also 50 prozent das nicht spiel stich 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 ich so abgestochen zu stoppen ist ganz genau in die richtung und speichern ich bin so weit von über steuert sein er fehlt so laut life is a race win gute leute sieht aus dass wir zivilisation hier ist eine rocke das städte hi was schon sagen was geht was sind die ganze diese lackierung hallo weg von dem ort hier das gut dastehen von meinen neuen freunden die helft mir noch mal ich denke sie habt ihr war auch die weg funktioniert ich hoffe was soll ihr sticht auch mit euren waffen ihr sticht drauf mit anderen gewähren genau okay die alle irgendwie solche markierungen du bist da es langweilig bei mir funktioniert das ja nur ich habe doch keine ahme ich bin doch voller anfänger oder ich bin doch lows 4 okay schon hat man einfach laufen kann wenn die drucken fallen bin ich mir vorbeigelaufen das ist eine einsteigen würde hast du das aus gibt mir die kann ich mir die verdienen aber wo sie uns kennen kann ich mir nehmen und euren strom abschalten hat ich höre wie hat war ich ja Ich dachte, die Heine wäre die große. was ja genau ich verarsche das ist schon mit wenig herum hängen er hat eine power okay wo ist die erste müssen die händlerin also mit der möglichen erste und verdammt Komm ich jetzt schon mal einsammeln ab. Oh Gott, Wawik, gut Wawik. Okay, Wawik, da war ich doch schon, das ist so eine Siedlung, oder? Also der Platz ist dann doch meine, meine rote Rakete. Jetzt der Laden, warte mal, lass mich die mit dem Laden. Und dann zeig mal, ja. Eigentlich nur Dings, ne? Ja, komm, also Atomkatzen-Dinger holen. Mach mal so. Warum soll ich mir ja trollen, wenn ich die Dinger direkt... Was hat wieder eine andere? Ich hab die Kronkorken. Das ist echt, warum hat man eine Radio hier? Ich muss ein Verdammts Radio, ich muss halt ausmachen, ich muss darüber reden, sonst kriege ich einen Copyright strike oder so. Verdammte Radio, ich muss auch Radio ausschalten, wo ist das verdammt? Ich hab die Kronkorken. Alter. Wo ist das hier? Was ist das so? Wo muss ich alles jetzt hier um? So, man kann es mal... was... Manchmal... ... manchmal 15? sehen hier so ein ding nehmen da hat es echt ich war hier hat gesehen und das ist auch wahrscheinlich für fertig aber allen dingen an dort kaufen kann wenn ich wieder mal haben 666 die kamen des beiden rechten rechts ein tor so wahrscheinlich krieg genau so eine power aber danach aber geht mir einfach weg damit weg damit weg damit weg damit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und sich ja nicht mal zu verkaufen damit poppik welt so eine power armor am ende oder so wenn ich immer alles erlegt habe aber was ich bin ich verarschen ich habe mich zweimal warum war nicht so wie auskostet er kann ich nur aus ich sage es machst du ja noch kaputt zum teufel ich habe kaputt gemacht okay ich werde mal sehen wie ich das fixen kann ja und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder von der tv und für euch so schon sagt tschüss bis an diesen folge was